Jugend immer 20. 2020. Österreichs größter Schulwettbewerb für Innovation. Jordan Medical Center, Ghana. Zwei Schülerinnen der HTL Imst legen ein durchdachtes Konzept für ein Krankenhauszubau in Ghanas drittgrößter Stadt vor. Unter Einbezug von Kultur und Klima. Mit dem multilateralen Bauprojekt Jordan Medical Center in Ghana entstand ein nachhaltiger und kostengünstiger Prototyp für zukünftige Bauvorhaben. Jetzt mehr erfahren und online abstimmen unter www.jugendinnovativ.at Slash Online Voting